Nein, ganz schnitt, mit der Kater bin ich auch mal wieder. Ich musste leider die Beleuchtung etwas runter stellen, weil sich das Spiel jetzt doch nach 30 Minuten mal gemeint hat, äh, ich hänge mich jetzt doch mal auf, äh, Grafiktreiber, ade. Ja, Unreal Engine 4 macht immer noch dieselben Probleme wie früher. Ähm, das Ding geht noch auf, genau, wir wollten einmal umstellen und zwar von Main auf Halle eigentlich, dachte ich. Aber irgendwie hat sich da das wieder zurückgestellt. Hm, wie dem auch sei, ist mir Wumpe. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht, was zu tun ist, ich glaube ein bisschen jetzt hier hinten lang, weil jetzt hier hinten die Halle auch, es schweichert. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bin, alter Schwede. Wir müssen suchen für etwas, um zu trinken. Wir werden kurz kreieren, um die Dehydration zu sehen. Oh Gott, das wird helfen. Wir müssen jetzt nämlich an unsere Hydration auch denken, ich habe nämlich gesehen am, äh, Spiegel, ähm, Bad, wo wir angefangen haben, hieß es, man soll nicht rennen, das erschöpft uns nur, wir sollen auch viel trinken zwischendurch. Wir nehmen auf jeden Fall mal ein paar, drücke i, ah, okay, wir haben jetzt die Gegenstände, alles klar. Das heißt, wir können hier auch noch Sachen zähsätzlich trinken, das heißt, wir müssen uns auch um unsere Versorgung kümmern. Ach du Scheiße, was ist das denn? Hi Mara, geh Krüger, warte mal, ich muss mal kurz mal Dings ändern. So, geh Krüger, heute besser aus dem Weg, er hat echt schlechte Laune, du weißt schon, wer war mal wieder besoffen und wurde gefeuert. Ja, das ist recht, aber egal, ich muss heute länger arbeiten und fühle mich nicht unbedingt sicher. Kannst du den Grund meines Zimmers ändern, ich will nämlich keine Überraschung, wenn ich nach Hause komme, danke dir. Da, wo ist Schlipperbruch? Oh nein, oh nein, ihr wisst, was das heißt, ne? Ihr wisst, was das heißt, wenn man sich in Schränke verstecken kann, hat das meist nur einen Grund und diesen möchte ich nicht unbedingt erfahren. Oh, nee, ey, ich hab keinen Bock, oh so ein Scheiß jetzt. Hallo Dr. Krüger, mein Name ist Alice, ich möchte mich um den Job als Assistent bewerben. Meine Hobbes sind mal an und an und an und an und an und an zu befeiern gehen. Ich war letztens als Eingangskraft bei Solaris, weil ich möchte nun Assistent werden und ich glaube, der Job ist richtig toll. Ich habe ein wenig Erfahrung mit Computern und weiß, wie man E-Mails schreibt, ich freue mich auf Ihre Haare. Oh, noch hier schön, Assistant falsch geschrieben erst. Ach, was ist das, was herrlich, sag ich euch, ey. Hallo, bist du da? Ich, ich, schaue dich für die Klinik und komme nach dir später, ok? Aha, alles klar. Gehen wir mal in die Finsternis, wo wir nichts sehen können. Kann man hier weiter rein? Ne, man kann sich hier aber auch verstecken, oder? Ah, mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist da natürlich ein schönes Versteck. Ich habe, wie gesagt, nur mega Schiss gerade, weil ich weiß, dass man das nutzen werden muss. Hier ist hell, hier ist es schön. Da will ich rein! Es lädt so ein, das Büro. Ach, das ist alles scheiße hier, ey. Jetzt fängt es natürlich an, spannend zu werden, ey. Ey, was ist das? Pass auf, für die Küche. Ich habe Hunger, die verrückte Katzenelde hat es geändert. Hashtag, wie heißt meine Katze? Echt jetzt? Hashtag, wie heißt meine Katze? Ist natürlich schön. Ich will da überall rein. Was soll denn das? Hier ist Nebel. Oh mein Gott! What the fuck is denn hier los? Das ist ja... Merch, will ich alles. Ein Gerratter und der Raschel. Oh, Leute, ey. Ich habe nie diesen Mann gesehen. Ich frage mich, warum sind alle diese Bilder in diesem Ort. Hm, hm. Ähm, irgendwie... Es ist etwas, was ich wirklich nicht mag. Ich glaube, das ist einer dieser großartigen Popping-Js mit Mädchen all über ihm. Ja, natürlich, genau so ist es. Genau so ist es, Candys. Oder wie auch immer du heißt, Cathy. Hast du den Freund von der Buchhalterin gesehen? Mann, was für ein heißes Sahneschnittchen, von dem würde ich auch gerne mal kosten. Oh ja, ich dachte mir nur so, was zum Teufel, ich meine, sie ist so ein Mauerblümchen. Ich wette, er ist aus Mitleid mit ihr zusammen. Oder sie hat einfach gutes Karma und nach all dem Scheiß, der da passiert ist, die ganze Überlegschaft redet, über nichts anderes mehr. Das ist ein Glück für nicht solche Lästerschwestern. Nein, 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 ihr doch nicht. Über andere Lästern, wo kämen wir denn dahin? Ja, da geht es nicht weiter. Fürs Erste, wir sollen natürlich nicht rennen. Sonst erschöpft es uns. Also glaube ich langsam. Das Rennen werden wir auf jeden Fall bestimmt noch gebrauchen können. Ich habe keinen Bock, ey. In Schränke verstecken, Leute. Outlast, wa? Was ist das denn? Archiv. Archiv ist zu. Geht nicht. Alles klar. Ja, hat es eine Wischung aus My Last Friday und wahrscheinlich Outlast, was noch kommen mag. Wenn wir seine Schränke verstecken müssen. Oder ist es jetzt erstmal nur, um uns Panik zu machen? Da ist eine Tür. Und da ist eine Tür. Gehen wir doch erstmal die rein. Oh. Mon cher. Das sieht doch richtig schön aus hier. Das Bäumchen. Alles schnieke. So. Ne, du willst natürlich nicht aufgehen. Ich mach mal kurz mein Dings wieder oben rechts in die Ecke. Da kann ich es besser beobachten. Mein Aufnahme-Overlay. Das seht ihr im Video natürlich nicht. Ist wie bei Fraps. Ihr seht halt die FPS und seht, dass es aufnimmt. Ja. Jetzt machen die Nachbarn auch noch Krach. Ich scheiße mir in die Hose, ey. Ich dachte gerade, das wäre ein Spiel. Ich habe mich gerade echt erschreckt. Oh fuck, Alter. Es speichert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Äh. 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 Ich wollte die Katze nicht jetzt geändert. Hashtag, wie heißt meine Katze? Echt jetzt? Hashtag, wie heißt meine Katze? Hashtag, wie heißt meine Katze? W-H-M-K? W-H-M-K? Raute. W-H-M-K. Oder W-H-M-K-Raut-Katze? Äh. Äh. W-H-M-K-Raut-Katze? Äh. W-H-M-K-Raut-Katze? W-M-K-Raut-Katze? Ähm. C-N. Ne, funktioniert auch nicht. anders was dass wir den namen ihrer katze ausfinden werden vielleicht und dann hashtag muschi oder hashtag susi oder ich denke nur schief kommen wir nicht rein hier waren wir ja ich gehe mal geradeaus weiter jetzt war jetzt nicht geredet ich dachte es wäre nah genug la 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 all day spring doch einfach rüber und halte dich fest oder macht dich lang oder doch immer auch zwei ketznein alter hashtag was mein ketznein bester name ever das muss ja irgendwas mit der katze zu tun haben oder mit dem hashtag jetzt fange ich hier wieder an oder was das ist ja eine spaßige angelegenheit aber ich kenne doch hier links rum gehen ja wohl immer mal zuerst hier lang zu merken dass die tür verschlossen ist und dies wahrscheinlich auch zu geile mucke bischen hat okay wie mittel sich denn da boobies da freut sich das jüngling herz hashtag wo zwei ketznein ja ich muss ich rausfinden wie die scheiß katze ist oder was weil dann irgendwelche notizen irgendwo hinterlegt dazu zu welchen katzen ich habe keine ahnung ich irre hier jetzt schon die ganze herum war aber wenn die nach rechts von seiner links gezogen wieder war hier vielleicht immer mit dem katzen namen dran so okay weil der hundenname war ja sein also hund in anführungszeichen war ein anderer als der katzen haben jetzt ich stehe auf dem schlauch total völlig ich bin nur beeindruckt von dem hübschen von dem hübschen hübsch hübsch das ist was anderes als die küche es ist vielleicht irgendwas party night das ist auch nichts wert was drin alles klar gut bei ihm werden wir einen schlüssel versuchen zu finden und sonst können wir erstmal nichts weiter machen außer jetzt hier noch mal zu laufen ich gehe von außerdem geführt hat ich finde es aber cool dass sie sich selbst quatscht finde ich gut es bringt ein bisschen dynamik geh mal hier rein ich habe gerade eben klingeln hören ihr wahrscheinlich auch aber wir gucken uns hier erstmal rum vielleicht können wir die tür von der anderen Seite aus aufmachen ah es wird gespeichert warum auch immer gerade gespeichert wurde es hat sich ja jetzt nichts verändert finde ich aber gut weil Zwischenspeichern kann man immer wieder gut gebrauchen hier war doch irgendwo jetzt ein klingeln sau so dann geht es da weiter ne wir sind ja hinten da noch weiter gegangen dann sind wir hinterm hinterm baum irgendwie da ist noch ne tür und da ist noch ne tür die geht natürlich nicht auf das war das war nur mein mein schritt mein eigener schritt der mich abgelenkt hat alter spiel alter spiel büro um hilferein ich bin der chef hart aber fair gewöhnlich mauer blümchen langweilig aber nicht schleim psycho schutzgespräch verrückte katzen die blonchen läster 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 nerds perversling einfach nur die ganze zeit nur auf skype zucker spielt während der arbeit immer gewöhnlich für mindestens ich habe angst vor ihr ok aha verrückte katzenlady müssen wir mal gucken zeig äh cat lady rooms wo sind wir gerade es gibt einen raum nur für die katzenlady das war ja der wo sich der boden aufgelöst hat genau da kommen wir jetzt weiter soweit nicht lang wir sind ja eben verreckt wegen der scheiße hinter der wand irgendwie kommen wir denn durch wir werden beobachtet aha was wo denn ich ich du kannst dich genau lokalisieren da geh ran du sau hallo isabel nein mein Name ist alice johnson ich bin in trouble und geh in line was machst du mit meiner siehste naja ich habe es nicht getan wenn du das denkst hörst du Frau du musst die polizei ich bin in diesem wunderschönen Ort und etwas ist nach mir also also big news ich bin hier auch und die polizei ja vergiss es ich habe immer versucht sie sie haben sie zurück wenn du hier auch bist du wir können uns helfen wie über die 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 liebe die kurze Oh, Mann. Ich glaube es. Stopp mit uns. Was? Der spielt ja irgendwelche Online-Spiele. Ein auf Diablo wahrscheinlich. Zumindest sah das Interface relativ ähnlich aus. Jo. Alter Schwede. Last Fantasy. Cursed World 2. Schöne Anspielung auf jeden Fall. Auf diverse echte Spiele. Mit zum Beispiel Final Fantasy und Dingsbums World. Ich habe vergessen wie es heißt. War gar nicht mal so kacke. So. Hier sind nur irgendwelche halbnackten Otzen. Das ist richtig. Recharging. Hier ist heute aber auch nichts, was uns irgendwie helfen könnte, oder? Nö. Zumindest jetzt nichts übergewöhnliches. Außergewöhnliches. Mega ungewöhnliches. Oh. Was zu saufen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier ist sonst weiter nichts mehr, oder? Huh? Der Drahter ist verbunden mit dem Computer. Aber ich habe keine Ahnung über das Passwort dieser Zeit. Ich brauche einen anderen Weg zu eröffnen. Ähm. Ach du Scheiße. Allergies Magera geboren. Am 11.09.1985. Modern Drive 12. Postleitzahl. Stürmer für seine Reinigungskraft. Bei den folgenden Aufgabenverpflichtungen. Staubsaugen und Büros treiben. Bis 26. Bin er mein Lehrerin. Blablablablabla. Sehr geehrte Frau Cooper. Ich musste aber den Familienasphalt von Armagera rein. Nicht länger tragbar sein. Magera kommt immer zweit später. Machst du aber betrunken. Betrunken? Geil. Darum habe ich keine andere Wahl, als die zu bitten, dass uns vorzureiten Magera durch eine qualifisierte Mitarbeiter zu ersetzen. Das ist klar. Nur was könnte der Login sein? Gut, den Login können wir ja auch nicht dingsen. Das heißt, wir brauchen irgendeine andere Möglichkeit, das aufzumachen. Äh, Praktikumsvertrag. Janice Morgan. Solaris blablabla. Postleitzahl Springwood. Praktikantin. Praktikantin. Verpflichtung. Abteilung 20. Dokumentation. Andere können blablabla. Okay. Alles klärchen. Äh, oder auch nicht. Wir könnten das Ding irgendwie aufkriegen mit irgendeinem... Brecheisen wahrscheinlich. Irgendwas. Lass uns aber erstmal... Das ist, äh... Die Tür, von der wir gekommen sind. Dann versuche ich's mal da hinten durch die Tür. Beziehungsweise, das ist gar keine Tür, das ist ein Schrank. Ha! Doch, ja lustig, oh! Ach, dann muss ich sofort ausschließt das Feuer fest zu Spezialpapier. Soziale Netzwerk und Chats während der Azeiten verboten seien, das ist wirklich vollkommen. Wissen wir alle. Alles klar. Gibt ihr vielleicht irgendeine Getränkedose noch? Schon mitnehmen? Nö. Gut. Also wieder raus. Hat er erstmal so keinen Swag. Swag... Was ist hier los, Alter? Alles klar. Ultragruselig. Hier sind wieder hoffenweise Kerzen. Höchst halt mal ein bisschen ins Hemd, wa? Neuuuun! Ich lasse mich stülzen. Ich war auch nicht scheiße kaputt. Ich war... grad auch ein bisschen angststarre. Was soll denn das? Wo soll denn da fliehen? Och nö. Das muss doch jetzt nicht sein, oder? Oh, Leute. Da habe ich ja gar kein Spaß dran. Ich will sowas nicht mehr. Wegrennen und sich nicht wehren können und... Gehre. Blablabla. Hier steht es nämlich genau. Hier steht es. Don't run. Es wird uns wehren. Trink. Es wird die Kraft reduzieren. Und erhebe. Hör. Ich weiss nicht das mit den Listen to the Bells. Aber wir müssen uns auf jeden Fall irgendwo verstecken. Ab und an mal. Boah, das wird ein spannender Ding auf jeden Fall Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gegebenenfalls im nächsten Part. Wenn ich denn nicht zu viel Schiss davor hab, hier weiter zu spielen. Hahaha. Und wir sehen uns dann im nächsten Part oder so. So, mal gucken. Schreibt mir eure Meinung zum Spiel bis jetzt auf jeden Fall in die Kommentare. Ich finde es bis jetzt mega gut. Hat auf jeden Fall eine sehr geile Atmosphäre. Ist weniger Jumpscare-Horror, aber jetzt geht es ja richtig los, wie ihr seht. Also dann, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich höre es schon wieder. Hört ihr das? Das Vieh ist schon wieder unterwegs. Ja, geil, ey. Alter Schwede. Alter Schwede. Geil. Schön. Das rennt ab jetzt hier immer rum, oder was? Oh, nö. Hab ich da Bock drauf. Ich dachte, ich wäre jetzt nur ein Script-Event, wo man... Aber... Schön. Das kann ja was werden, Leute. Tschüss, die Kauski. Blablabla.